Beweist mir, dass ihr mehr Ehre im Leib habt als Krimsensabbat. Vernichtet ihre Außenposten in Zwenangab und Mostal und erobert unsere Territorien zurück. Ja, liebe Zocker-Lounger, herzlich willkommen zurück zu den Siedlern 6. Aufstieg eines Königreichs und heute geht es weiter mit Mission 5, Drengir. Ich hoffe, so spricht man den Mann aus. Drengir und ich glaube, das ist auch der Held, den wir heute nehmen werden. Schauen wir mal. Mission starten. Euer Majestät, lasst mich, Hakim Abd al-Sar, euch zu Diensten sein. Ich habe die Küsten Drengir Reaches in den Nordlanden bereist, immer auf der Suche nach Alliierten gegen den Roten Prinzen. Große Gefahren warten dort auf euch, Majestät, aber auch große Chancen. An dieser Küste hier befindet sich eine große Siedlung. Dies ist der Stützpunkt, von dem aus die Wikinger ihre Raubzüge durchführen. Es scheint, dass Krimsensabbat diese Lager errichtet hat. Sie unterstützt die Wikingerangriffe gegen euch. Doch nicht alle Narlindie sind unsere Feinde. Der Skalde Tordal hat sein Lager in dieser Gegend hier aufgeschlagen. Vielleicht hilft er uns. Wir sollten unseren eigenen Stützpunkt errichten und untersuchen, auf welche Weise wir die Wikingerangriffe stoppen können. Wir müssen den Roten Prinzen angreifen, ehe es zu spät ist. Gut, was kannst du denn? Meine Kenntnisse der Architektur reduzieren die Kosten für den Ausbau von Gebäuden. Das ist cool. Ich kann feindliche Soldaten überzeugen, die Seiten zu wechseln und für meine Sache zu kämpfen. Das ist auch cool, argumentlich nämlich. Gut, let's go. Krimsensabbat wiegelt die Wikinger auf, uns anzugreifen. Doch nicht alle... Was? Narlindir sind unsere Feinde. Narlindir? Okay, egal. Vielleicht kann der Barde Tordal uns helfen. Okay, schauen wir mal. Wir müssen den Skalden Tordal finden. Den Skalden Tordal. Zu erfahren, was er über die Wikingerangriffe weiß. Leute, könnt ihr euch nicht einfach einfache Namen geben wie Erik oder sowas? Ey, Oma, Player 5 has no name? Was ist denn das? Bug. Okay, wir haben hier auch Eisen. Wir haben hier auch nochmal Fisch. Zack. Und sonst haben wir hier noch ein bisschen Rehe. Nehmen wir auch gleich mit. Wie schaut das mit einer coolen Wegverbindung aus? Oh, das könnte eigentlich ganz gut werden. So. Und dich verbinden wir auch vielleicht von hier. So irgendwie. Boah, und mein CPU-Lifter. Ich muss jetzt dringend mal meinen Rechner aufschrauben und wieder alle Schrauben festziehen. Ist ja furchtbar. So. Nein. Falsche Taste. Komm. Möbelzeit muss sein. Zack. Okay. Nach hier drüben müssen wir ja nicht verteidigen. Da können wir eigentlich gleich mal... Wenn ich die Karte noch im Kopf habe. Wie komme ich hier rüber? Schlapp mal rüber. So, und dann brauchen wir jetzt natürlich auch erste... Boah, wir brauchen Holz. Haha. Ganz wichtig. Für mich scheint das hier eine tolle Stelle zu sein. Und so vielleicht. Hier haben wir doch auch ein bisschen Holz. Hier vielleicht noch einen Holzförder. So. Irgendwo hätte ich auch gerne noch einen dritten. Tja, eigentlich würde es sich ja hier anbieten, ne? Wobei, nicht die Tiere. Hier irgendwo. Wir machen das hier irgendwo hin. So. Und noch einen Weg zu dir. Wunderhübsch. Gut. Erstmal fürs Erste. Was haben wir hier? Steine. Ist also wichtig, hier rüber zu kommen. Und was haben wir hier unten? Einen Bären. Schafe. Seid ihr? Elch? Achim, laupt mal noch da runter. Ich glaube, das war auch ein neutrales Gebiet. Und jetzt gucken wir mal nach Futter. Und das beginnen wir mit Fisch. Einmal hier und einmal hier vielleicht. Und für die Elche. So, gibt es eine Metzgerei? Dann ist das hier auch verbunden. Okay. Stimmt. Kostet nur zwei Holz. Gefällt mir. Jetzt gleich mal loslegen. Mit dem Ausbau. Oh ja, ich habe schon Hunger. War ich zu langsam? Wahrscheinlich. So. Alle Updates laufen. Wie viele Steine haben wir? 20. Das reicht natürlich noch nicht. und hier unten hätten wir noch mal Fisch. Noch mehr Fisch. Jede Menge Nahrung. Okay. Dann komm mal. Beziehungsweise du kannst gleich hier stehen bleiben. Was haben wir hier? Oh, Bunnies. Okay. Weiter ausbauen. Zack, zack. Haut noch. Zack. Okay, und das war es mit dem Holz. Vielleicht noch einen Holzfäller und High Sonnenschein. Mensch, ich habe schon gedacht, du kommst heute nicht. Was ist da los? Nee, doch. Sieht ganz ordentlich aus. Gefällt mir. So, jetzt müssten wir halt mal die Holzfäller langsam anlaufen. Vielleicht sollten wir auch noch irgendwann hinbauen. Oh, hier möchte ich nicht. Ah, hier drüben. Na klar. Das würde es sich doch vielleicht... Vielleicht... Schau mal. Wir machen... von dir weg... einen Weg... zur Mine. vielleicht auch einen Weg... einen Weg... so... und dann könnten wir doch noch... welche eh schon einen Weg bauen. So vielleicht irgendwie... was weiß ich. Und halt einen Holzfäller noch einsetzen. Und habt immer noch nichts zu essen. Sollte lieber die Produktionsgebäude ausbauen. Und halt auch die Holzfäller. Habe ich schon. Auch gut. So, Metzger geht noch hier. Räucherei. Und so weiter. So, wenn wir sonst nichts zu tun haben... könnten wir mit dem Haki mal hier rüber. Also hier sollten wir auf jeden Fall... schon eine Mauer bauen. Und hier müssen wir wahrscheinlich... auch eine Mauer bauen. Wenn es jetzt blöd läuft... latschen die auch hier rum. Kann das sein? Hm. Ich glaube, da lege ich es später drauf an. Hm. Hier ist halt auch so die Frage... Kann der da nicht... rüberlaufen? Hm. Gut. Weiter. Wo sind noch Updates fällig? Hier. Fischerhütte habe ich gesehen. Der Fischer hier unten nicht. Die Jagdhütte auch nicht. Also sind wir jetzt erstmal durch. Gell? Stimmt nicht. Stimmt nicht. Jetzt sind wir durch. Und tatsächlich... Oh, like. Das nenne ich mal eine Nice Mauer. Alter, das sieht cool aus. Okay. Also da wollen wir... tunlichst nicht hin. Ähm. Wollen jetzt aber... schnell das Gebiet hier einnehmen. Alles klar. Und haben auch die Ressourcen dafür... und auch das Geld. Also los. Verstanden. So. Turm. Boom. Steine können wir dann hier abbauen. Und dann muss ich halt wieder gucken... mit blöden Tieren. Und ich habe da eine Schafe. Apropos. Wir könnten ja auch hier... eine Getreideform irgendwo hinsetzen. Vielleicht ist es gut, dass wir da schön... ein Feld reinkriegen. Ja. Das sieht dann sogar gut aus. Und noch eins. Komm schon. Hi, Kamil. Äh. Ne, so möchte ich das eigentlich nicht. Ja, dann mach halt so. Mein Gott. Das braucht dann wiederum eine Bäckerei. Die können wir... Die docken wir mal hier irgendwo an. Wir haben ein Territorium eingenommen. Und die erste Gerberei möchte auch Sinn machen. Die ist jetzt nochmal hier. so. So, schön. Äh, weiter, weiter, weiter Weg. Das ist doch bloß. Nö, nicht so. Komm schon. Das ist doch doof. Liegt das an den Steinen hier? Hä? Was ist jetzt? Es schneit. Okay, dann hatte ich das mit dem Bauernhof auch erstmal erledigt. Und ich sollte dringend Kleider herstellen. Brauche ich auch zum Aufstieg. Oh, oh. Geht mal in die Kirche. Vielleicht ist es da warm. Guck mal, hat man hier eine warme Kirche gesehen? Weg. Dann halt... Ne? Was ist denn los hier? Dann halt so oberassig. Da können wir noch einen Holzfäller ausbauen. So. Und mit diesem Getreidefeld habe ich mir wahrscheinlich ein Eigentor geschossen. Das sollte ich mir nochmal abreißen. Denn dann kann ich ja gar keine Mauer bauen. Aber so passt das auch. Okay, äh, wir haben Schafe. Also mach was draus. Ach komm. Dann muss der Weg nochmal weg. Dann muss er nochmal weg. Du musst doch jetzt das Ding da irgendwo hinbringen. Ey, so eine Scheiße. Okay, Holzfäller, tut mir leid. Weg, weg, weg. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Ja, ja. Warte mal. Jetzt fange ich schon wieder an, optisch zu bauen. Ich glaube, du kriegst Schafe von ganz allein, weil die werden jetzt herlatschen. Genau, da kommen sie schon. Mit den Schafen wiederum können wir ähm, können wir, können wir, können wir, können wir beziehungsweise Hi, Washington. Welcome to the club. Klamotten. Genau. In der Wirberei bauen. Den Gerber, den bauen wir lieber mal noch aus. Den Bäcker haben wir ausgebaut. Die Getreidefarm ist auch durch. So, dann können wir jetzt mal Richtung Steine expandieren. Einmal hier. Und einmal so. So. Ohne Witz. Seit ich weh gebaut, gefällt mir das Spiel. Ganz komisch. Oder typisches Siedlerverhalten. Keine Ahnung. So. Minenarbeiter. Da könnte man eigentlich zwei. Ach, was ist das? Ähm. Was weiß ich, wir müssen so ein bisschen die Aussichtstürme rund um dein Land. Siedler 4 baust du ja noch auch keine mehr, so dass du Community Games spielst. Ja, ich hab Ärger gekriegt. Hast du den Scheiß nicht machen, so. Nein, Blödsinn. Aber dass ich anders spiele, ist Fakt, ja. Das ist wirklich so. Aber natürlich im Positiven anders. Was fehlt denn eigentlich noch zum Update? Ach Gott, die Burg. Dafür brauchen wir Steine. Ach, Sachen gibt's. Und wir können irgendwelche Gesangsgebäude bauen, offensichtlich. Denn das Zeichen hier ist neu. Ach, E-Mini. Okay. Ähm, was ist das eigentlich? Imkerhütte? Erzeugt Honigfarben, benötigt Bienenstöcke. Bienenstöcke produzieren nicht im Winter. Das Unser-Siedler-Limit ist erreicht. Auch das noch. Brauchen wir jetzt dringend alles. Aber vor allem Steine. Gell, Männer? Und hier braucht man was zum Anziehen im Schnee. Ist nämlich noch ein bisschen. Los geht's. Update. Glaub mir, ich bin noch chaotisch genug. Keine Sorge. Sowas legt man nicht ab. Das ist eine Lebenseinstellung. Okay. Ähm, ich möchte jetzt keine Steine verplempern. Ach Gott, ausbauen kann ich die jetzt auch nicht mehr. Ja, wenn wir nichts tun können, dann erforschen wir halt ein bisschen. Auf euren Befehl. Kannst du eh übers Wasser laufen bei dem Wetter, nehme ich mal an. Auf geht's. Oh, leck. Nicht hier gemacht. Alter. Du hackst dir den... Wie hast du das gemacht? Respekt. So, was haben wir hier? Jawohl. Auf euren Befehl. Okay. Also wir werden viel kämpfen müssen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Warum aber auch nicht? Ihr müsst Tordal sein. Mein Herrscher bittet um eure Hilfe. Ah, ich wusste, dass ich früher oder später von eurem Herrscher hören würde. Krimsen Sabbat, die rechte Hand des Roten Prinzen, hat die jungen Heißsporne unter meinen Leuten aufgewiegelt. Sie hat sie überzeugt, Raubzüge gegen euch zu führen. Und während sie unterwegs sind, hat Sabbat mit ihren Truppen unsere fruchtbarsten Territorien für ihren Roten Prinzen eingenommen. Beweist mir, dass ihr mehr Ehre im Leib habt als Krimsen Sabbat. Vernichtet ihre Außenposten in Swenangar und Mostal. Und erobert unsere Territorien zurück. Wo sind die? Da unten. Nur da unten? Alles klar. Okay. So. Jetzt können wir auch in der Stufe gleich aufsteigen. Wie läuft's bei dir? Schon passen. Okay. Ich glaube, das passt soweit. Jetzt muss ich nur gucken. Ich würde gerne hier noch an die Tiere rankommen. Brauche ich das hier unten? Wahrscheinlich schon. Ach, ich nehme es einfach alles mit. Steine wären nochmal cool. Und auch Eisen ist so ein bisschen so. Hm. Okay. Ich werde mich dieses Titels und eures Vertrauens als würdig erweisen. Yeah. Ja. Achim, Alter. Gut. Weiter. Wir brauchen jetzt einen Haufen Updates. Es kommen keine Steine mehr. Aber in erster Linie brauchen wir Seife. Der Siedler nicht mit ist erreicht. Wie ging das? Kirche ausbauen? Aha. Siedler nimmt mit. Kirche ausbauen. Shit. Das hätte ich vorher machen sollen. So fort. Biss mal das auch. Wieder. Kann ich bei dem vielleicht handeln? Auf euren Befehl. Steine kaufen oder so? So, hier streckt mal nix. Okay. Besen. Und handeln. Noob. Nicht wirklich. Jetzt haben wir hier noch. Noch mehr Gegner. Okay. Und dann ist doch hier unten noch irgendwo was. Steine. Mann. Komm, Leute. Kart mal rüber. Vier von sechs. Habt aber auch schon einen weiten Weg bis ins Lager, ne? Ich bin geschwäst. Das Lagerhaus ist voll. Ja, genau. Doch das noch. Und hier haben wir... Auf euren Befehl. Ihr seid aber keine Feinde. Guck mal hier hoch. Hier hinten. Okay. Äh. Ihr werdet mich doch nicht angreifen? Alles klar. Jawohl. Auf euren Befehl. Ich kann hier gar nicht rein. Wie ihr wünscht. Also noch nicht. Okay. Zurück. Entdecken. Zerstören. Leute, bringt Steine. Jetzt bitte. Da. Es geht mir gut. Wo ist der zweite Karren? Schon unterwegs. Muss noch irgendwo einer sein? Ähm. Hallo? Das Lager ist voll. Ja, dann verkaufen wir doch mal eben. Ein bisschen Holz. So. Okay. 19. Ich krieg die Krise. Das reicht nicht. Ah, hier. Da kommt noch mal einer. Das waren... Das waren... Keine... Doch. Doch. Schön. Nächste 20 Steine gehen ins Lager. Richtig. Was ist los hier? Ahem. Ahem. Okay. Hätten wir das... Jetzt können wir wieder Update starten. War doch noch irgendwo was. Ne. Aber hier. Und vor allem die Steinmetze brauchen wir ein Update. Okay. Und dann können wir jetzt neue Gebäude bauen. Und das wäre jetzt einmal... Mal kurz überlegen, dass ich mich hier nicht einbaue. Das ist hier eigentlich schon scheiße gebaut. Mach den mal hier hin. Und den Besenmacher machen wir mal. Toll. Toll, toll, toll. Och, da geht's hin. Ach, schön ist anders. Egal. Die Fische sind nicht auf meiner Seite. Und es könnte doch langsam mal der Winter vorbei sein. Wie wär's? Schwertschmügel. Ähm. Ein Militärgebäude würde ich gerne... Was ist das? Wir machen das so. Und die... Schwertkämpfer-Kaserne. Vielleicht kriegen wir da einen coolen Weg durch. Vielleicht. Okay. Ja. Der Winter is coming, ja? Ich sag nur Game of Thrones. Ey, das sieht scheiße aus. Warte, das muss wieder weg. Ein Getreidebauer hat kein Kornfeld. Nochmal weg mit dem Scheiß. Ähm. Apropos Game of Thrones. Ja, der... Apropos Winter. Da wird, ähm... Acht Staffel lang, eigentlich bis zum Ende, der Winter angekündigt. Dass er... Wenn der Winter kommt, dass er jahrelang geht. Und in der Serie geht er dann drei Tage. Toll. Das Lagerhaus ist voll. Könnte ich mich schon wieder aufregen. Diese Serie... Mann, Mann, Mann. Einfach mal drauf geschissen. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Je nach unten bauen. Hier habe ich mehr Platz. Ah, so. Winter ist vorbei. Schön. Wir können jetzt dann wenigstens bald ein paar Schwertkämpfe bauen. Und auch... Nein, noch kein Lager ausbohren. Aber jetzt könntet ihr doch mal die Steine herbringen. Ja, hier. Prima. Geht doch. Wesenmacher noch. Dann haben wir das auch geerledigt. Und sonst... Kühe haben wir nicht. Zum Handeln haben wir auch nichts. Wir könnten mal irgendwo eine Imkaraechen setzen. Was ist halbe? Was brauchst du? Okay. Schau mal, hier habe ich Platz für dich. Ich tippe mal, du brauchst drei. Ohne es zu wissen. Es lebt sich gut hier. So, und was mache ich mit denen? Essen offensichtlich nicht. Bier. Es heißt ein bisschen Bier. Ähm. Gut. Komm später vielleicht noch. I don't know. Was ich da tue. Ja, ich habe acht Staffel angeguckt. Mir hat es auch bis Staffel fünf super gut gefallen. Super gut. Und bis Ende Staffel sieben hat es mir noch sehr gut gefallen. Und dann kam Staffel acht mit sechs Folgen und hat alles... Das Lagerhaus ist voll. Alles kaputt gemacht. Schon schlimm. Und dann komme ich dazu. Laserح Nim. Okay. Und dann mal sehen. Wir werden einfach wom then. Wir werden hier. Vielen Dank.